Willkommen zurück zu Let's Play Blog Hood Folge 3, mittlerweile schon wieder. Ja, es geht voran, wie man fast sagen. Wir waren beim Challenge Modus Stufe 3. Da müssen wir einfach 500 Money machen. Immer noch Stufe Easy, deswegen können die auch klappen. Mal schauen. Wir haben wieder schön gekleidet von Musik und Vögeln, wollen wir keine sehen. Zurück selbe Grundfläche wie immer. Erst beim Wasser. Oh, diesmal ist der Nachteil, wir haben keine Solarplatten. Müssen das mit den Dingern betreiben hier. Ein kleines brauchen die auch noch. Und was macht gerade Money? Das macht gerade Money. Mal schauen. Welche Erdlächer geht noch runter. Erstmal noch Connecten hier schnell. Noch ein paar Bäume nach hinten. Oh, Sittinger wieder. So, was Neues. Wie sieht es aus? Wasser geht runter, Lächer geht auch noch runter. Das bringt zwei Lächer. Besser jetzt. Wasser geht trotzdem noch runter. Not good at all. Der Nachteil geht immer noch runter. WTF? So, ohne Scheiß. Jetzt geht es hoch. So, jetzt haben wir schon wieder ein Gleichgewicht geschaffen. Können wir jetzt aufhören oder weitermachen. Wir machen weiter, damit wir schneller mehr Money verdienen. Wäre es denn eine schlause, das Ding hinzusetzen? Ich glaube, ich würde es hier machen. So, dass man hier die Korridoren dann rüber setzen könnte. Und halt oben drüber nochmal ein paar Etagen setzen könnte. Können wir gleich mal schauen, was wir noch zufällig haben. Money geht gerade runter. Das heißt, wir könnten theoretisch noch so einen Kaffee machen. Können wir nicht ganz schnell wieder hoch. Ne, was war das jetzt? Vital Job. Ah. Kaffee können wir auch noch machen. Ich brauche noch ein Brot. Ein Brot haben wir eigentlich gar nicht. Was haben wir denn eigentlich alles noch so überhaupt? Nicht viel. Das kann man nicht benutzen, theoretisch. Das kann man eigentlich auch nicht benutzen, weißt du was? Produzieren wir eben gar nicht. Irgendwie Krona Apartment. Factory. Raw Materials. Haben wir nicht. Oder? Sehe ich das da falsch. Was bringt denn eigentlich Tourismus? Wo kommt denn eigentlich der Tourismus her? Wir schauen, haben wir nicht hier. Tourismus. Gibt es nirgendwo her. Na gut, also was könnte man davon machen? Wir machen das nicht. Das theoretisch auch nicht. Das würde gehen. Das haben wir ja schon da. Ne, das geht sowieso. Das auch. Jugend. Für was brauchen wir Jugend? Für was brauchen wir Jugend? Wollen wir für irgendwas Jugend? Ne. Das kann man eigentlich gerade machen. Wie gesagt. Das ist voll dumm. Warum gibt es denn das hier? Da brauche ich mal Brot. Aber das haben wir nicht. Wir können es auch nicht produzieren. Weil das Zeug fehlt uns hier. Ne, hier ist das eigentlich. Hm. Das ist ne gute Frage. Na, wir könnten eigentlich jetzt nur mit hin. Warte mal, was brauchst du ne? Wer produziert den Money, der Suicide Job? Labor und Consumer. Die machen Consumer. Die machen Labor. Die machen Labor. Hm. Kann man eigentlich aus den Sachen hier leben. Das geht übrigens auch. Dann auf das mal was draufsetzen. Das sieht noch blöd aus momentan. Das Electricity geht grad wieder runter. Könnte man ja Abhilfe schaffen. Dann kriegt man. Ne, das kriegt man nur so ran. Ja, selbst wenn. Funktioniert ja. Dafür geht Money wieder runter. Money können wir schnell mal erhöhen. Wie zählt der Job? Wie zählt der Job? Noch einen. Gehen die Consumer wieder runter? Consumer gab's durch kleine oder große? Mal schauen. Kann die Consumer hier? Am meisten durch die Großen. Hm, das geht auch nachher. Geht immer noch runter. Jetzt. Jetzt geht der ganze Rest wieder runter. Ähm. Wasser müssen wir auf jeden Fall unten platzieren. Oder? Warte mal. Geht das hier oben auch? Lustigerweise funktioniert das hier oben auch. Hm. Warum nicht? Haben wir in der Luft Wassertürme. Lustig. Electricity geht noch runter. Schon ein bisschen crazy. Malaysia dann wieder. Wer da von hier. So. Jetzt hat er was. Das sieht auch noch komisch aus, ja. Dass das geht. Erstaunlich. Das Wasser aus der Luft quiechen. So. Wie viel Money braucht man? 500 glaube ich. Könnte man ja fast weiter bauen. Aber wir könnten das ja noch verschönern hier. Weil das nicht so aussieht. Dann machen wir das mal so, dass wir das hier um platzieren. So. Jetzt geht noch die Lecher runter. Jetzt halten wir momentan mal schnell ein paar Tries hinsetzen. Das ist das gleiche Prinzip wie vorher. Nicht ganz so gute Ausgangspositionen. Ähm. Wo können wir denn das drauf setzen? Also hier auf jeden Fall. So. Achso. Wann geht das nicht? Ah. Jetzt geht das. So. Wunderbar. Könnte ich hier auch noch ein Apartment draufsetzen. Und halt oben drauf nochmal. Sind wir schon mal bei zwei Lecher. Und das sieht noch okay aus. Hm. Dann setzt man es halt so hin. Was? Geht immer noch nicht. Achso. Wir haben jetzt eins mehr. Brauchen wir ja eins mehr. Warum nicht? Geht das hier? Ja. Hier geht alles. Auf jeden Fall wieder Gleichgewicht hier. Schon amüsant. Vielleicht ist der Rest nur zum Austricksen. Dass wir das nicht benutzen können. Ha. Cygnus. Interessant. Das hat schon was sowas. Wenn man es dann noch schön ausfüllen könnte. Damit ich hier solche Stützen und so. Wenn er richtig real aussieht. Dann ist das richtig geil. Sind da so übereinander gestapelt. Das ist Money 238. Hm. Können wir noch warten. Können wir mal gucken. Vielleicht entdecken wir noch was hier. Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass das geht hier. Ne geht doch nicht. Warum nicht? Wenn er nicht connected. Wenn ich das jetzt. Wenn ich das jetzt hier connecten würde. Dann geht das. Weihnacht. Der Rest braucht ja nicht connected sein. Warum ist denn der nicht? Muss man aber noch eine Stufe drauf bauen. Haben wir hier? Ja. Was hat man drauf? Eintrie. Bräuchte man noch Electricity hier. Muss man nochmal connecten hier. Ganz einfach aufs Dach können wir es dann doch nicht bauen. Aber so geht es halt. Weil es miteinander verbunden ist. Geht immer noch runter Elektrosity. Können wir theoretisch hier mit einsetzen. So rum. Schön. Auch schön wenn du hier aus deinem Apartment raus guckst. Dann hast du direkt mal eine Windmühle vor deinem. Vor deiner Hut. Vor deinem Fenster. Das hat alles was. Ja das könnte man noch ganz schön in die Höhe treiben hier. Wenn man dazu gerade Lust hätte. Aber wir wollen ja nur das Level schaffen. Und uns ja nicht jetzt darin verlieren. Na das ist immer noch. Dauert immer noch. Hm. Ich finde immer noch ein Rätsel warum die was anbieten was ich gar nicht machen kann. Wie ist mir ein Rätsel. 300 Money circa. Könnte ich es wagen noch so eine. So einen Shop hinzusetzen. Ich sag mal hier. Geh ne Consumer wieder runter. Passt das wieder. Es geht aber. Es geht aber die Entspannung wieder runter. Muss man jetzt noch eine Etage drauf setzen. Ja. Ähm. Hier noch. Entspannungsbaum hin. So. So. Jetzt haben wir das ganze Ding noch ein Stück höher gemacht. Können wir eigentlich hier noch auch. Auch was hinsetzen. Jetzt geht das Wasser wieder runter. Jetzt setzt man da halt Wasser hin. So. 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 So eine feine Utopie errichtet. Wo alles miteinander zusammenhängt. Wo alles funktioniert. Ist das nicht schön. Dass die Wassertürme in der Luft stehen. Das macht mich fertig. Das funktioniert. Warum nicht. So. Noch ein bisschen mehr Money. Wir können gar nicht mal weit rauszoomen. Gucken. Wie weit geht es noch. So. So. Bis hier hin. So. Kann man das schon bauen. Ne. Da das ja eh perspektivisch ist. Geht das ja immer weiter hier vorne. Quasi. Na gut. Neun. 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 Weniger. Ah. Wunderbar. So. Was kommt jetzt. Fisch und Vegetables. Oh das wird interessant. Laut Zeit ist unsere Zeit schon wieder zu Ende. 15 Minuten pro Folge. Halte ich jetzt mal ein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.